Der persönliche Nutzen, den Menschen aus meinen Vorträgen ziehen, ist, dass ich auf ihr Unternehmen schaue aus einer Perspektive des Zukunftsforschers. Das heißt, ich mache mir Gedanken darüber, in welcher Welt wir in zehn Jahren leben werden und aus dieser Welt heraus betrachte ich ihr Unternehmen. Deswegen sagen Teilnehmer mir nach den Vorträgen ganz oft, dass ich ihnen neue Denkräume eröffnet habe und dass ich ihnen Vorurteile gegenüber Technologien nehme, die sie bisher hatten.